Der europäische Mufflon, Jägersprachlich Muffelwild oder kurz Muffel genannt, ist die westlichste und kleinste Unterart des Mufflons. Verbreitet war er ursprünglich nur auf den Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien, ist inzwischen aber in zahlreichen Gegenden Europas eingeführt worden Bezeichnungen. Die männlichen Tiere der Mufflons werden Widder und die Weibchen Schaf oder auch Wildschaf genannt. Die Jungen heißen Lämmer und werden je nach Geschlecht auch Widderlamm oder Schaflamm genannt. In der jagdlichen Fachsprache werden weibliche Tiere vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmals Nachwuchs haben. Schmalschaf genannt, das Gebären wird Setzen oder Lämmern genannt. Aussehen Europäische Mufflons haben eine Körperlänge bis 120 cm, eine Schulterhöhe von 90 cm, ein Gewicht von 25 bis 40 kg bei Schafen, 35 bis 55 kg bei den Widdern. Der europäische Mufflon hat ein glattes Haarkleid, die Widder sind im Sommer fuchsrotbraun, meist mit weißlichem Sattelfleck. Die Schafe sind bräunlich, im Winter sind beide Geschlechter dunkler. Die Widder haben schneckenförmig eingedrehte Hörner bis zu 80 cm Länge, Weibchen haben auf Sardinien gar keine Hörner, auf Kosika dagegen kleinere, leicht nach hinten gebogene Hörnersinne. Als Bewohner einer ursprünglich waldlosen Region oberhalb der Baumgrenze ist bei Mufflons das Sehvermögen gut ausgebildet. Die seitlich stehenden Augen erlauben dem Mufflon ohne Kopfdrehung einen weiten Umkreis zu überblicken. Bei älteren Widdern kann das Sichtfeld durch die Stellung der Hornspitzen eingeschränkt sein. Widder beginnen deshalb dann diese Hornspitzen abzuscheuern. Das Binokularsehen ist auf ein relativ kleines Gesichtsfeld von 60% begrenzt, nur in diesem können Sie räumlich sehen. Im übrigen Gesichtsfeld nehmen Mufflons vorwiegend Bewegungen wahr. Werden Mufflons durch eine Bewegung in ihrem seitlichen Gesichtsfeld beunruhigt, drehen Sie diesem Objekt Ihren Kopf zu, um damit das Objekt in der Tiefe der Landschaft zu orten. Erst dann versuchen Sie, durch Prüfen des Windes und Ihren Gehörsinn zusätzliche Informationen zu gewinnen. Um die Gefährlichkeit der Störung einzuschätzen, Menschen werden noch auf eine Entfernung von 1000 Meter optisch wahrgenommen. Der Gesichtssinn spielt auch eine erhebliche Rolle beim Zusammenhalt des Rudels. Mufflons, die den Anschluss an ihr Rudel verloren haben, suchen dieses zunächst durch aufgeregtes Hin- und Herlaufen. Erst dann nutzen sie ihren Geruchssinn, um dem Rudel zu folgen. Das Gehör spielt eine Rolle in der Aufrechterhaltung der sozialen Beziehung zwischen den Mitgliedern des Rudels. Laut Äußerungen Das Lautrepertoire der Mufflons ist umfangreich und lässt sich in Kontaktwahn und Klagelaute sowie das Lockenbrunftender Widder unterscheiden. Bereits wenige Minuten nach der Geburt des Lammes lässt das Schaf ein kurzes dunkles Meckern hören, auf das das Lamm ebenfalls meckernd antwortet. Im Rudel rufen die Schafe mit einem langgezogenen Meckern nach ihren Lämmern. Lämmer, die ihr Muttertier suchen, lassen ein plärendes Meckern vernehmen. Klagelaute sind von Lämmern zu hören, wenn sie von einem Feind gegriffen werden oder wenn sie schwer verletzt sind. Von älteren Mufflons sind keine Klagelaute zu vernehmen. Bei Beunruhigung lassen Mufflons einen durch die nüstern ausgestoßenen Zischlaut vernehmen. Häufig geht dem Warnruf noch ein nervöses Stampfen mit den Vorderläufen voraus. Der Warnruf ist leise, wenn ein Mufflon nur etwas beunruhigt ist, wird aber bei sich nähernder Gefahr deutlich lauter ausgestoßen. Ein Rudel, dessen Leitschaf diesen Laut ausstößt, flüchtet sofort. Wird der Laut von einem anderen Rudeltier ausgestoßen, beginnt das Rudel zu sichern, wartet jedoch die Reaktion des Leitschafes ab. Widder lassen beim Treiben brünftiger Schafe einen röchelnden und schnarrer Entenlaut hören. Das aufeinanderschlagende Hörner ist einer der weithin vernehmbaren Laute von Mufflons. Es ist am häufigsten während der Brunfzeit zu hören, jedoch kommt es ganzjährig zu Kämpfen der Widder. Lebensraum Ursprünglich lebten europäische Mufflons in offenen Gebirgslandschaften auf steinigen, trockenen Böden. In Mitteleuropa eingebürgert, leben sie in Laub- und Mischwaldgebieten sowohl im Flachland als auch in den Mittelgebirgen. Wobei trockene und steinige Böden bevorzugt werden. Bei ungünstigen feuchten Bodenverhältnissen kann es leicht zu Schalenerkrankungen kommen, die auch zum Tode führen können. Aufgrund ihres an den Hochgebirgsraum angepassten Fluchtverhaltens können sich europäische Mufflons im Flachland nur bei Abwesenheit von natürlichen Feinden halten. So wurde die Mufflon-Population in den neu besiedelten Wolfsrevieren der sächsischen Lausitz innerhalb kurzer Zeit von den Wölfen ausgerottet. Während die Populationsgrößen von Hirsch, Wildschwein und der Hauptbeuterin nicht beeinträchtigt wurden. Ob aber diese Beobachtung auch auf andere Reviere übertragbar ist, wird man erst im Zuge der weiteren Verbreitung der Wölfe in Mitteleuropa verifizieren können. Die Wideransiedlung von Luchsen im Harz hat ebenfalls in Kombination mit harten Wintern zu Rückgängen der Mufflon-Population geführt. Verhalten Europäische Mufflons bilden meist kleine Rudel mit einem älteren Schaf als Leittier. Widder bilden außerhalb der Brunfzeit oft eigene Verbände. In der Brunfzeit kämpfen die Widder um die Schafe, vor allem mit gegenseitigen Rammstößen der eingedrehten Hörner, um den Konkurrenten abzudrängen. Europäische Mufflons sind Hörbivoren und haben ein breites Nahrungsspektrum. Sie entrinden auch Waldbäume und verhindern weitgehend das Aufkommen von Baumbewuchs. Die Brunft ist im Oktober, November, die Tragzeit beträgt etwa fünf Monate, die Setzzeit ist im März, April. Es werden ein bis zwei Lämmer geboren, die Säugezeit beträgt etwa sechs Monate. Das Fluchtverhalten der europäischen Mufflons ist an ihren eigentlichen Hochgebirgslebensraum angepasst. Bei Bedrohung flüchten sie in unzugängliche Felswände. Im Flachland flüchten sie entsprechend nur kurze Strecken und werden so leichte Beute für Verfolger. Geschichte Es ist unklar, ob der europäische Mufflon durch Beschneidung der Lebensräume und starke Bejagung vor 3000 bis 4000 Jahren in Europa ausgerottet wurde und einzig auf Kosika und Sardinien überlebte oder ob er erst in vorgeschichtlicher Zeit in den Mittelmeerraum eingeführt wurde. Nach Meinung mancher Zoologen ist der europäische Mufflon kein echtes Wildschaf, sondern Nachfahre einer sehr ursprünglichen Hausschafrasse. Tatsächlich gibt es starke Anzeichen dafür, dass europäische Mufflons erst vor etwa 7000 Jahren als Begleiter des jungsteinzeitlichen Menschen nach Kosika und Sardinien gelangten, da aus früheren Zeiten keine Spuren von ihnen auffindbar sind. In den letzten 200 Jahren sind europäische Mufflons in Europa an verschiedenen Stellen ausgesetzt worden. Bereits Prinz Säugen von Savoyen hielt in seinem Wiener Tierpark Mufflwild, wovon einige in den Leinsa-Tiergarten gelangten. 1840 führte man dort weitere 19 Exemplare aus Kosika und Sardinien ein. Nach 20-jähriger Hegel konnten bereits 60 Wilder geschossen werden und mit etwas später in Ungarn. Böhmen und Schlesien ausgesetzten Tieren machte man ähnliche Erfahrungen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden sie direkt aus Sardinien und Kosika als Park- und Jagdwild in Deutschland eingeführt. Hier trieb vor allem der Hamburger Kaufmann Oskar Louis Tesdorpf die Einbürgerung voran. Die ersten Exemplare wurden 1903 in der Gürde ausgesetzt, die nächsten 1906 im Revier Harzgerode, dann folgten der Taunus und der Solling. Überall bevorzugte der Mufflon-Ebene oder niedere Lagen mit Waldbewuchs und nicht wie erwartet gebirgige Gegenden mit Felsen. Allmählich ging man dazu über, auch Hausschafmillinge auszusetzen, insbesondere Kreuzungen mit dem Zakelschaf. Nach einem Rückgang im Ersten Weltkrieg zählte man im Jahr 1938 allein im Deutschen Reich bereits wieder etwa 2500 Stück. Nach einem neuen Rückgang im Zweiten Weltkrieg betrug der weltweite Bestand 1954 nur noch etwa 4500 Stück. Danach erholten sich die Bestände aufgrund sorgfältiger Hege wieder und waren 1967 auf etwa 20.000 Stück angewachsen. In der Bundesrepublik Deutschland betrug der Bestand zu dieser Zeit 7.000. In Österreich über 2.000 und in Ungarn und der Tschechoslowakei ebenfalls 2.000 Stück. Im Bayerischen Wald wurden Mufflons 1971 bis 1974 über den Wittelsbacher Ausgleichs vor an der Südseite eingebürgert. Zeitweise wuchs der Bestand auf fast 100 Tiere an. Bis Anfang 2008 sank er wieder, verursacht durch Tourismus, Bejagung und den neu erschienenen Lux. Auf etwas mehr als 30 Exemplare im Gebiet des Geiskopps. In Luxemburg wurden im Januar 1969 einige Mufflons aus dem großherzoglichen Gehege bei Imbringen im Grünewald, wo es sie seit 1905 gab, in das staatliche Gehege bei Kaundorf im Össling gebracht. Sie wurden 1970 freigelassen und haben sich im Obersauergebiet ausgebreitet. Außerdem gibt es Mufflons im Raume Hosingen und vor allem im Kanton Echter nach. Heutige Verbreitung Auf Kosika und Sardinien war der europäische Mufflon durch Jagd und Wilderei gefährdet. Erst strenge Reglementierung und Wiederansiedlungen scheinen den Bestand langsam zu stabilisieren. Die ungünstige Bilanz auf den Mittelmeerinseln steht im Kontrast zum Bestand im übrigen heutigen Verbreitungsgebiet. Die Hauptvorkommen befinden sich heute in Tschechien, Deutschland, Frankreich, Österreich, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Kroatien und Bulgarien. Die Bestandszahlen lagen auf Sardinien um 1955 bei etwa 700 Stück, 1967 nur noch bei 300 bis 400 Stück. Heute bei 2000. Auf Kosika betrugen sie 1967 etwa 180. Heute 800. In den eingeführten Populationen Mitteleuropas leben geschätzt über 90.000 Tiere, die meisten davon in Tschechien. Der Bestand in Deutschland betrug 2005 rund 20.600 Individuen in etwa 120 Teilpopulationen. Anfang der 1980er Jahre wanderten Tiere von Frankreich her in den schweizerischen Kanton Wallis ein. Wo heute zwei Kolonien mit einem Bestand von rund 200 Tieren vorkommen, die UCN führt den europäischen Mufflonen als gefährdet. Jagd. Muffelwild hat einen ausgeprägten Gesichtssinn und kann im Vergleich zu Rehn, die sich vornehmlich auf den Geruchssinn verlassen, einen Menschen auf über 1000 Meter erkennen. Muffelwild ist trotz der geringen Größe und des Gewichts sehr hart im Nehmen und muss mit ausreichend starken Kalibern bejagt werden. Um den sofortigen Jagderfolg sicherzustellen, Deutschland. In Deutschland wird die Bejagung des Mufflons durch das Jagdrecht nach dem Bundesjagdgesetz geregelt. In der Jagdsaison 2010-2011 betrug die Jahresstrecke in Deutschland 7.269 Mufflons, 20% davon aus Thüringen, Österreich. In Kärnten gilt die Schusszeit des Muffelwildes von 1. Juli bis 31. Dezember. In Niederösterreich gilt die Schusszeit des Muffelwildes von 1. Juni bis 31. Dezember. 10. Die Schusszeit des Muffelwildes von 2. Juni bis 31. Juni bis 32. Juni bis 23. Juni bis 32. Juni bis Urwildes von 1. Juni bis 33. Juni bis 33. Juni bis 36. Juni bis 84. JPar мире Apart an der Gering happened. Verkait an der Ich glaube, wenn wir zum Beispiel 3. Juni bis 34. Juni bis 34. Juni bis 35. Juni bis 35. Juni bis zurück.